Hey Freunde, wir testen dieses Jahr mal wieder die Fantastic Four Single Shots aus dem Aldi. Die waren ja überall dieses Jahr, oder 2022 waren sie überall günstiger, 1€ günstiger für nur 2,99€. Und selbst für 3,99€ haben sie sich schon gelohnt. Und deswegen wollte ich mal schauen, ob die aktuelle Charge genauso gut ist oder ob sie schlechter geworden sind. Und ob ich sie mir nochmal holen werde. Wie gesagt, aus dem Aldi für 2,99€. Ein Endangaben können wir auch noch mal kurz machen. Wir haben 64g auf 4 Stück. Das heißt, wir haben 21g pro Mono. Also Freunde, bis gleich draußen. So Freunde, testen wir noch die Fantastic Four. Ja, wo packen wir die hin? Da. Ne, da. So, fangen wir mal an mit der 1. Sehr schöne Teile. Wir machen gleich weiter mit der 2. 2. Und zum Schluss noch die 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 4. 4. 5. mit dem Kommentaren.